Waffenführer Hallo Leute, ich bin der Felix von Edelweiss Adventure. Ich zeige euch heute den Drill, den wir für den Waffenführer schon anwenden. Der Drill selber ist die praktische Umsetzung des gesamten Trockentrainings, welches wir vorher mit der Rotwaffe durchführen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt. Okay Felix, komm nach vorne bitte. Wir machen den Drill zum Waffenführerschein. Bitte Waffe aufnehmen. Laden und Ausgangsstellung. Bereit? Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Jawohl. Ehrladen, sicher sehr schön. Vielen Dank, schauen wir nach vorne. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.